Nadine, schön. Schön, dass du da bist. Du bist bei der CDU. Von welcher Galaxie seid ihr denn? Ja, das ist eine ganz schwarze Galaxie. Die besteht aus zwei Teilen, aus der CDU und aus der CSU. Ich komme aus dem Südwesten Saarland. Das ist eine ganz spezielle Galaxie. Wir haben auch vor elf Jahren schon mal mit dem UFO-Reklame für die Landtagswahl gemacht, also ganz speziell. Und das heißt, was macht ihr aus? Was uns ausmacht? Ja, wir sind eine Partei, die vor allem, finde ich, auch für junge Leute interessant ist. Warum? Weil sie den Leuten was zutraut, weil wir viel machen, gerade in meinen Bereichen, für Gründer, für junge, innovative Unternehmen, Leute, die sich selbstständig machen wollen. Für, ja, eigentlich alle, die irgendwas aus ihrem Leben machen wollen. Die wollen mal gute Chancen schaffen. Ich bin ja so ein Daten-Junkie. Ich habe ja immer ganz viele Daten. Ich brauche ganz viele Informationen. Ihr hattet ja auch irgendwas mit Daten. Da gab es irgendwie so ein Problem. Oder ist das jetzt nicht mehr so? Ich weiß nicht, was du meinst, Oskar. Nee, weißt du nicht? Da gab es doch irgendwas mit NSA. Da gab es doch so ein Problem, oder nicht? Ach so, ja. Das Problem haben wir natürlich alle in Deutschland. Das hat nicht nur unsere Partei, sondern das ist, denke ich, für alle klar, dass wir, wenn wir Daten auch in die USA übertragen, etwa, ich habe ein AOL-Konto, da muss man sich schon überlegen, welche Daten man wie nutzt. Und das ist aber nichts, was die CDU nur betrifft. Das betrifft uns alle. Ja, aber das ist ja nicht gut, ne? Nee, gut ist das nicht. Und ihr seid jetzt ja gerade an der Macht. Ihr seid die Regierung. Warum habt ihr nichts dagegen gemacht? Ja, weil das nicht so einfach ist, was dagegen zu machen. Also die Vereinbarung gibt es ja schon ganz lange. Das ist jetzt auch nicht unter CDU irgendwie abgeschlossen worden. Aber da muss man eben auch mit den internationalen Partnern eventuell noch mal neue Vereinbarungen machen. Aber ich denke mal, so private E-Mails, die gehen ja keinem was an. Was muss man da vereinbaren? Das ist doch eigentlich klar. Ja. In Deutschland gilt ja auch das deutsche Datenschutzrecht. Und das gilt. Aber wenn meine Daten in den USA liegen, dann gilt dort eben das amerikanische Datenschutzrecht. Okay. Ich habe ja dieses TV-Duell gesehen mit Angela Merkel. Kennst du die persönlich? Ja, natürlich, klar. Ja, wie ist die so drauf? Die ist sehr locker drauf. Auch, ja, hat einen sehr trockenen Humor. Und ja. Wenn du jetzt sagst, okay, CDU ist super, dann sag doch mal bitte in kurzen Sätzen, warum soll ich euch wählen? Ja, weil wir denke ich in den letzten Jahren bewiesen haben, dass wir das Land ganz gut da stehen haben. Es gibt eine ganz geringe Jugendarbeitslosigkeit. Moment, also wir haben ja immer noch irgendwie um die wieviel? Über zwei Millionen, drei Millionen Arbeitslose in Deutschland? Ja, wir haben... Das ist ja nicht wenig. Wir haben etwa sieben Prozent Jugendarbeitslose. In Frankreich, in Spanien, Italien, da sind es über 20, 30 Prozent. Ich denke, da kann man schon sagen, dass die deutsche Jugend da vor allem im Vergleich zu den europäischen Nachbarn gute Chancen hat. Und das ist durch euch entstanden? Ja, das sind gute Rahmenbedingungen. Das ist vor allem die duale Ausbildung, die wir jetzt auch noch mal sehr gut geschützt haben, auf europäischer Ebene. Da gab es einige Aktionen, die ganz gefährlich gewesen wären für die duale Ausbildung. Berufsqualifikationsrichtlinie. Berufs was? Berufsqualifikationsrichtlinie. Das verstehe ich nicht. Also ein Beispiel davon, die EU-Kommission hat gesagt, alle die Altenpfleger oder Krankenpfleger werden wollen, die müssen mindestens Abi oder Fachabi haben. Aha. Jetzt stell dir mal vor, alle Altenpfleger in Deutschland brauchen Abi oder Fachabi. Das hieß, dass 85 Prozent derjenigen, die das jetzt machen, nicht mehr Altenpfleger werden. Ja, das stimmt. Wäre ein Problem für die duale Ausbildung, vor allem für die jungen Leute, die Altenpfleger werden wollen. Und das wollt ihr nicht? Das haben wir verhindert, dass das die EU beschlossen hat. Und das ist etwas, was gut ist für die Ausbildung und Zukunftschancen für die jungen Menschen in unserem Land gibt. Was hältst du denn von dem Mindestlohn? Wie die Kollegen der Linken, ich habe den Jan getroffen, der findet das total super. Auch den Jürgen, der findet das auch total super. Mindestlohn, was sagst du denn dazu? Ich bin auch für den Mindestlohn. Allerdings will ich nicht, dass der Gregor Gysi und Jürgen Trittin sich vor der nächsten Bundestagswahl darüber streiten, wie hoch der sein muss, dass die Politik das festlegt. Warum nicht? Ja, weil das die Tarifparteien besser können. Die sollen das festlegen, aber es muss halt für alle gelten. Aber ich habe ja euch dann, wenn ich euch wähle, euch gewählt und denke, ihr seid die Besten, deswegen müsst ihr das doch entscheiden können. Ja, aber die Politik kann doch keine Löhne machen. Die Tarifparteien sollen die Löhne machen. Wer sind die Tarifparteien? Wer ist das? Das sind die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberverbände. Und die setzen sich zusammen und legen den Lohn fest. Und wichtig ist aber, dass da von jeder Arbeitnehmer auch betroffen ist, dass es keine Lücken gibt. Und zur Zeit, wir haben schon ganz viele Mindestlöhne, die sind alle auch unter CDU-Regierungen eingeführt worden. Aber wir haben noch Branchen und Bereiche, wo es keinen Mindestlohn gibt. Ja, wir haben zum Beispiel eine ganz nette Friseurin, die ich kenne. Die verdient ganz wenig Geld. Da gibt es einen Mindestlohn, aber der ist so niedrig, davon kann die gar nicht leben. Ja, und es ist eben notwendig, dass die Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich zusammensetzen und diese Tariflöhne bestimmen. Und wie wollt ihr das unterstützen? Wie wollt ihr helfen, dass das klappt? Da gibt es dann ein Verfahren, das ist festgelegt. Die setzen sich auf Bundesebene zusammen, die handeln das aus. Dann wird das nochmal überprüft und dann sagt am Schluss natürlich schon die Politik, okay ist okay. Also ihr habt schon das letzte Wort? Das wird dann vom Staat für allgemein verbindlich erklärt. Das ist halt alles komplizierter zu erklären, als zu sagen, jetzt ein Mindestlohn für alle. Aber das wäre doch dann schneller, oder? Ja, aber jedes Mal werden wir die Diskussion haben, wer ist der Bessere, wer macht sich beliebter bei den Leuten, 850, 1050, 1450, das ist eigentlich nicht das System, was wir in Deutschland haben. Könntest du mir sagen, in einem Satz, warum soll ich die CDU wählen? In einem Satz? Ja. Du sollst die CDU wählen, weil unter Angela Merkel in den letzten vier Jahren sich unser Land sehr gut entwickelt hat, es gibt gute Chancen für junge Leute und wir haben aber auch erkannt, wo die Probleme noch liegen. Und gehen mit Kraft daran, auch diese zu beheben und haben einfach das bessere Programm. Einfach nochmal angucken bei uns im Internet, bei Facebook, auf den Homepages und auf jeden Fall auch nachfragen bei den Abgeordneten vor Ort, denn ich glaube man nur durch die Programme lesen, kommt man auch nicht weiter. Der persönliche Kontakt ist dann schon ganz gut. Das war mehr als ein Satz? Nochmal in einem Satz? Einer, aber ein sehr langer. Das war aber wirklich ein sehr langer. Okay, danke. Ah, okay. Danke. Der Gärten üblich ist an einem Tag, dass es einen vegetarischen Tag gibt als Angebot. Da wird niemand gehindert in der Kantine, wenn er nach gegenüber geht, an den Dönnerstand. Das ist letztendlich die freie Entscheidung.